Hier ist wieder die Sport- und Physiolschule Waldenburg. Theorielassiges Studium, lebenslang Büro, so stellst du dir deine Zukunft nicht vor? Dann werte doch Sportlehrer oder Physiotherapeut oder vielleicht sogar beides. Interesse? Dann kommt zu unserer Infoveranstaltung am Sonntag, 17. Dezember um 10.30 Uhr hier an der Sport- und Physiolschule Waldenburg am Berufskolleg Waldenburg. Wir geben dir einen Überblick über die Ausbildung zum staatlich anerkannten Sport- und Gymnastiklehrer und zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten und auch über die Möglichkeit, beide Ausbildungen zu kombinieren. Aber das ist noch nicht alles. Nach dem Infovortrag und einem Rundgang über unseren Campus besteht die Möglichkeit, unsere öffentliche Generalprobe der wirklich fast schon legendären Gestaltungsprüfung anzusehen. Unsere Examinanten geben in verschiedenen Vorführungen einen Einblick, was sie hier in fünf Semestern Ausbildung gelernt haben. Also, Infoveranstaltung Sonntag, 17. Dezember, 10.30 Uhr hier an der Sport- und Physiolschule Waldenburg und ab 13.30 Uhr die öffentliche Generalprobe unserer Gestaltungsprüfung. Wir freuen uns auf dich!